Gut Kick, Freunde. Wie Leon im letzten Shorts bereits berichtet hat, eine sehr schmerzhafte Nachricht. Verlässt uns Kuhn-Kastels im Sommer 2024, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht um den Ersatz, der ab Sommer 2024 wohl zwischen den Pfosten des VfL Wolfsburg steht. Kamil Khabarra, polnischer Nationaltorhüter. Ich möchte den Namen jetzt nicht falsch aussprechen. 24 Jahre jung, aktuell bei Kopenhagen. Untervertrag, sehr interessanter Mann. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe schon viel von ihm gesehen. Aber 24 Jahre, gutes Potenzial, nicht zu jung, aber schon einiges an Erfahrung gesammelt bestimmt. Muss man abwarten, was der Mann bringt. Aber jetzt erstmal Fokus auf diese Saison. Und dann hoffentlich ab nächster Saison einen wieder sehr stabilen Rückhalt zwischen den Pfosten.